Ich habe Wünsche bekommen aus der Community und zwar die wildeste Wunschkombination überhaupt, die möchte ich heute in dieser Stunde zusammenführen und zwar Therapie für die Knie, Therapie für den Rücken, Therapie für die Handgelenke und Handstände. Wie passt das zusammen? Zunächst denke ich gar nicht, aber da ist eine Verbindung zwischen diesen Wünschen. Deswegen kam das jetzt auch irgendwie so, dass ich gedacht habe, das mache ich jetzt in einer Stunde. Und für alle, die denken, das wird eine wilde Stunde, es ist viel Therapie dabei, es ist ja eine Yoga-Doc-Stunde, die aber einen Bezug hat auf, wie bereite ich mich auf den Handstand vor. Und die Therapie umfasst eben unter anderem Knie, Rücken, Handgelenke. Und dann machen wir ein paar spielerische Techniken für den Handstand, da es eine Yoga-Doc-Stunde ist, sind diese spielerisch-akrobatischen Aspekte durchaus gemäßig, so dass ich glaube, dass du das machen kannst. Und wenn du merkst, oh, das ist jetzt doch zu wild, dann sind das fünf Minuten, wo wir da so ein bisschen an diesen Techniken herumspielen. Dann kannst du die fünf Minuten auch einfach zugucken und Spaß haben, wie ich da Übungen eben vormache. Wenn du mich nicht kennst, mein Name ist Dr. Ronald Steiner, ich bin der Begründer der AI-Methode, ich stehe für traditionellen Ashtanga-Yoga und innovativen Therapeutik-Yoga und einen Bezug zu einer lebendigen Philosophie. Und wenn du mir eine Freude machen willst, gib dem Video einen Thumbs up, klick auch gleich auf Subscribe und meine Freude an dich, ich lade dich ein in die AI-Community. 14 Tage, kostenlos, unverbindlich. Sei dabei in der enthusiastischsten Yoga-Community im gesamten Universum und nach den 14 Tagen entscheidest du, welchen Beitrag du leistest für die ganze Community, für 25 Live-Stunden pro Woche, an die 1000 aufgezeichnete Yoga-Stunden, solche Inhalte wie hier On-Demand-Stunden, wo du sagst, ah cool, die kann ich ja auch frei besuchen. Ja klar, kannst du die frei besuchen, aber du kannst doch was dazu beitragen. Das ist ja die Idee einer Community. Du nutzt, was du möchtest, du trägst bei, was du möchtest, was du kannst. Wir schlagen vor für den Online-Bereich, also die Live-Stunden, die On-Demand-Stunden, schlagen wir 49 Euro pro Monat vor. Wenn du sagst, ah ich will eigentlich nur mal hin und wieder mal ein Video mitüben, kannst du auch weniger beitragen. Oder wenn du sagst, ja Finanzen sind jetzt nicht mein Thema, gerne mehr, wie du eben selbst willst, aber 49 ist jetzt so unser Vorschlag, das haben sich manche gewünscht. Sag doch da ein bisschen mehr einen Anhaltspunkt, deswegen sag ich dir. Und jetzt stell dich ganz ein auf diese Yoga-Praxis. Schließ die Augen, lass den Tag hinter dir. Eine therapeutische, ganz sanft beginnende Praxis mit spielerischen Komponenten. Gib die Hände vom Herzen zusammen. Und wenn du das Mantra kennst, rezitiere gleich mit. Aum... Nimm dann gleich dein Faszienköpfchen, kleines oder großes, oder die Finger, wenn du keines hast. Wir starten mit einer Längsfriktion an der Innenseite des Beines lang. Das geht einfach mit dem Daumen, längsstreichen. Oder, wenn du schon ein Faszienköpfchen hast, nimmst du das als Fingerhut. Das macht es einfach ein bisschen leichter. Ja, das ist jetzt nicht notwendig. Dann... Gehen wir hier am Knie lang und zwar ziehen wir jetzt den Unterdruck übers Knie. Das geht auch mit dem Faszienköpfchen. Finde ich das große ein bisschen geeigneter. Wenn du sowas nicht hast, ist es auch nicht schlimm, nimmst du einfach die Finger, wie beim Zwicken, ziehst die obere Hautschicht ab und läufst dann mit so einer Faszienwulst entlang. Ich finde es mit dem Faszienköpfchen ein bisschen effektiver von der Wirkung her. Wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt keine direkten Beschwerden, ich mache das jetzt nur präventiv, ist es mit den Fingern genauso gut und sinnvoll. Wenn du da wirklich jetzt sagst, oh, ich habe einen Meniskusbeschwerden oder so, zum Glück, endlich macht Ronald hier eine Übung dafür. Dann finde ich, lohnt es sich schon mit so einem Faszienköpfchen. Ich mache das mit Öl auch immer, daheim in der Dusche. Dasselbe an der Außenseite, Längsfriktion. Und zwar habe ich das jetzt ganz lange mit Olivenöl gemacht, weil Olivenölsäure die Sertuine aktiviert und damit genereparierend wirkt. Da gibt es einiges an Wissenschaft dazu. Und seit einer Weile habe ich jetzt doch wieder, ich habe das vor Jahrzehnten schon gemacht, aber bin dann davon abgekommen, weil es so eine Sauerei war. Ich mache das jetzt wieder mit Rizinusöl, weil Rizinusöl die Kollagensynthese fördern soll. Und ich bin nur davon abgekommen, weil das eine Riesensauerei ist. Aber was ich festgestellt habe, wenn ich weniger nehme, ist es auch weniger Sauerei. Okay, jetzt fasst du ein Köpfchen. Und warum ich das sage, ist, manchmal hat man das gesagt, das hält nicht richtig. Und dann hilft eben Öl leichter, diesen Unterdruck zu erzeugen. Ja, jetzt, meine Haut ist jetzt halt trocken, klar. Dann hält das nicht richtig, dann gehen manchmal die Finger besser, wenn deine Haut eben ein bisschen feucht ist nach der Dusche oder weil du ein bisschen einfach Öl auf den Körper tust. Dann hält das viel besser und erzeugt einen Unterdruck und zieht extrazelluläre Flüssigkeit zwischen deinem Fasziennetz durch. Und damit kann sich das Ganze austauschen und regenerieren. Und mit Rizinusöl eben, ich finde es ganz sinnvoll, weil das entzündungshemmend, da gibt es interessanterweise kaum Stupf, Studien dazu, also wenigstens keine, die ich gefunden habe, entzündungshemmend wirken soll und Kollagensynthese verbessern soll. Aber es ist so, dass es eben viel Erfahrung gibt, dass Menschen das eben schon lange anwenden. Jetzt gehen wir zum anderen Bein. Längsfriktion vom Schambein, Innenband, Innenknöchel lang, da wo also auch der Innenmeniskus hier ist. Und da kannst du mit so einer Faszientechnik viel, viel mehr erreichen, auch bei Innenmeniskusbeschwerden, als man oft glaubt. Klar gibt es irgendwo einen Punkt, wo ein Meniskus operiert werden muss, aber jetzt einfach nur so eine Empfindlichkeit am Meniskus, die ja dann schon oft dazu führt, dass Menschen sagen, oh, ich brauche jetzt unbedingt eine OP, kommt man in meinen Augen besser zurecht, jetzt der Unterdruck, mit einfach Übungen. Wenn man im MRT einen Riss sieht, klar, dann unter Umständen kann man da mal darüber nachdenken, dass es auch vielleicht eine OP gibt. Aber zunächst mal die erste Versuch und auch nach einer OP zur Heilung ist mit Übungen und in dem Fall mit Faszienübungen, wo wir starten. Da machen wir dasselbe auf der Außenseite, auch hier wieder Längsfriktion mit dem Daumen oder mit dem Faszienköpfchen als Fingerhut. Dann der Unterdruck übers Außenband, über das Außenkniebereich. Die meisten Kniebeschwerden und auch Meniskusverletzungen sind auf der Innenseite, also am Innenmeniskus und im Yoga-Kontext auch im Innenband. Aber auch absolut gesehen am Innenband, Innenmeniskus, da ist der meiste Belastung. Aber trotzdem therapieren wir natürlich immer auch die andere Seite, also die Außenseite mit. Dann stell deine Füße vor dir auf, die Faszienköpfchen brauchen wir nicht mehr. Wisch mit den Knien innen und außen und taste mit der Hand den Gelenkspalt und das zusätzliche Tasten des Gelenkspaltes hat nochmal einen Effekt, weil du dann wirklich spüren kannst, wie der Meniskus sich im Gelenk bewegt. Wichtig für die Übung ist, das Knie muss 90 Grad gebeugt sein, sonst kann es nämlich nicht rotieren. Und jetzt streck deine Beine wieder, locker den linken Ober- oder den rechten Oberschenkel, egal welchen, locker ihn, spann an den Oberschenkel, gib dann den Gegendruck mit dem Daumen der Seite, also linker Daumen aufs linke Knie nach außen, unten. Und dann klopfst du auf den Vast Medianus hier innen drauf. Das ist der Muskel, der am, der unteren Hälfte, inneren Hälfte, vorderen Hälfte des Oberschenkels ist. Und das Klopfen wird der aktiver. Und wir wollen den Wegkämpf für die folgenden Übungen, die gleich noch kommen. Wieder lockern, wieder anspannen, Gegendruck nach außen, unten geben mit dem Daumen. Und dann klopfen. Wieder lockern, anspannen und klopfen. Wieder lockern, anspannen und klopfen. Dann die andere Seite. Oberschenkel lockern, der Vast Medianus, dieser Muskel hier im unteren, vorderen, inneren Drittel, Viertel, ist mit einer der wichtigsten Muskeln für ein gesundes Knie. Wieder anspannen. und dann roll deine Yoga-Matte, so dass du dich drüber setzen kannst und deine Kniekehlen auf diese kleine Rolle legen kannst. Und dann streckst du deine Knie, also hebst die Fersen ab. Und dieses letzte Strecken, da wird der Vast Medianus am meisten aktiv. Dann wieder Druck nach außen, klopf und wieder locker lassen. Dann wieder strecken, andere Seite, Druck nach außen und klopfen. Es ist immer so und ist ganz normal, dass die Außenseite des Oberschenkels natürlich mit anspannt, mehr anspannt sogar als die Innenseite. Wir wollen trotzdem die Innenseite auch mit aktiv bekommen, durch das Klopfen. Immer wieder lockern, dann anspannen, heben. Dann streck deine Beine wieder. Geh in den Vierfüßlerstand. Wir rotieren jetzt das Knie. Wenn dein Handgelenk das nicht mag, geh einfach auf die Ellenbogen, das geht auf den Ellenbogen genauso. Rotier das Knie innen und außen, um genauso wie wir es vorhin im Sitzen schon gemacht haben, den Meniskus zu bewegen. Jetzt aber lass die Knie schweben und dann spürst du den Vast Medianus, den wir vorhin geklopft haben, hier besonders aktiv. Weil der mit am Drehen verantwortlich ist. Dann Füße neutral, streck die Beine und dann dreh im Hüftgelenk. Dann wieder Füße neutral, geh nach unten, achte darauf, dass die Oberschenkel senkrecht sind, die Knie 90 Grad gebeugt und dann rotier im Kniegelenk. Da spürst du wieder diesen Vast Medianus. Füße neutral, geh nach oben, rotier im Hüftgelenk, geh nach unten, Füße neutral, geh nach unten, rotier im Kniegelenk. Füße neutral, geh nach oben, rotier im Hüftgelenk, Füße neutral, geh nach unten, rotier im Kniegelenk. Füße neutral, geh nach oben, rotier im Hüftgelenk, um so die Umhüllung des Beins zu aktivieren. Dann, ganz elegant oder unelegant, setz dich auf den Po. Wir machen das Gleiche nochmal, was wir eben gemacht haben. Du rotierst im Kniegelenk innen und außen, aber jetzt stützen wir die Hände auf den Boden auf und heben den Po hoch. Und du versuchst mit den Fersen Richtung Po zu ziehen, sodass du jetzt die Beine rückseite aktiv spürst, insbesondere ein Muskel, der direkt in der Kniekehle ist. der heißt Poplitheus, der gilt als einer der wichtigsten, mit dem Vastus Medianus, den wir eben schon angesprochen haben, als einer der wichtigsten Muskeln für ein gesundes Knie. Also der Po ist in der Luft, du drückst die Fersen Richtung Po. Jetzt Füße neutral, du hältst den Druck mit den Fersen Richtung Po, bewegst aber den Po nach hinten und rotierst dann im Hüftgelenk. Dann wieder zieh dich mit der Ferse hoch und rotier im Kniegelenk. Also es ist immer Druck mit den Fersen Richtung Po, Füße neutral, geh nach hinten, rotier im Hüftgelenk, mit gestreckten Beinen, Füße neutral, mach einen Klimmzug mit den Beinen, rotier im Hüftgelenk. Füße neutral, geh nach hinten, rotier im Hüftgelenk, mach einen Klimmzug im Bein, Füße beugen, rotier im Kniegelenk. Ich glaube, da habe ich mich eben versprochen bei der letzten Runde. Also wenn das Knie gebeugt ist, im Kniegelenk rotieren, Füße neutral, wenn das Knie gestreckt ist, im Hüftgelenk rotieren. Jetzt stell dich auf, geh an eine Wand, wenn du eine hast, der du das zutraust, geh auf die Fußballen, so mit ein bisschen Abstand von der Wand. Wenn du keine Wand hast, zeige ich gleich die Alternative. Die Fersen sind in der Luft und du gehst nach unten und versuchst deine Knie nach vorne zu schieben. Dann gehst du hoch und gehst wieder runter. und dann gehst du hoch und da spürst du, wie der Vastus Medianus hier in der Innenseite des Oberschenkels aktiv wird. und wenn du keine Wand hast, das ist auch nicht schlimm, dann stellst du dich einfach mitten in den Raum, gehst auf die Fußballen und versuchst ohne Wand genau das Gleiche. Du gehst also runter, während du die Knie so weit vorschiebst wie möglich und die Hüfte auch und gehst wieder hoch, gehst wieder runter und wieder hoch. Gehst wieder runter und wieder hoch. Du schiebst die Knie vor und die Hüfte gleich mit runter und hoch. Und für manche denken sich schon, wo will ich raus? Wir gehen jetzt rückwärts. Shitali atmen. Weil rückwärts gehend ist eine der besten Übungen fürs Knie. Shitali atmen. Meine Lieblingspranayama-Übung für ein gesundes Herz. Und der dritte Teil der Übung, für alle, die die Übung neu ist, ich erkläre im Laufe immer noch ein bisschen was. Wenn du häufiger Stunden mitübst, dann kennst du diese Übungen immer mehr. Und der dritte Teil der Übung, es setzt den Fuß bewusst Kleinzehballen, einen Bogen zum Großzehballen, einen Bogen zur Ferse. Kleinzehballen, einen Bogen, so dass die Haut zwischen Kleinzehballen und Großzehballen nicht den Boden berührt. Und dann die Ferse, dass die Haut zwischen Kleinzehballen und Ferse und Großzehballen und Ferse nach der Vorstellung nicht den Boden berührt. Beim Rückwärtsgehen achtet darauf, dass du dich so richtig rausdrückst aus den Beinen, die Oberschenkelvorderseite nutzt. Und beim Shitalia atmen roll die Zunge und atme gegen Widerstand ein, möglichst großer Widerstand. Das ist gut. Und Shitali, dieses Atmen gegen Widerstand, also Inspiratoric Resistance Training, wie es in der Wissenschaft heißt, verbessert die Herzratenvariabilität. Verbessert die Herzfunktion, senkt den zu hohen Blutdruck. Und senkt eine zu hohe Herzfrequenz. Das ist damit eine der wichtigsten Übungen überhaupt für die Gesundheit. Das ist was, was ich jeden Tag versuche zu machen, rückwärts gehen, bewusst die Füße zu nutzen für den Aufbau des Fußgewölbes. Und dann, wenn du wieder auf deiner Yogamatte bist. Stell dir vor, du stehst auf dem imaginären Trampolin. Und feder so ein bisschen hin und her, auf und ab. Elastizitätsübungen sind somit, ich finde, die wichtigsten Übungen, oder die meist vergessenen wichtigen Übungen, weil die eben auch unseren Körper vor Verletzungen schützen, kannst helikal schwingen von Seite zu Seite. Um Elastizität zu erzeugen, dann gehen wir in die Vorwärtsbeuge, fasst den Kopf an, Feder mit dem Po auf und ab, sodass der Kopf richtig lang wird. Wichtig bei der Übung ist, die Rippen berühren die Oberschenkel, der Po federt hoch und runter, sodass du spürst, dass die Wirbelsäule durch das Federn in die Länge gezogen wird. Also in die Länge federt. Dann geh in die Hocke hinein. Wenn wir jetzt zum Thema Handstand mehr und mehr eintauchen im Laufe der Yogastunde. Handstand braucht, und deswegen ist die Wunschliste, die ich für die heutige Stunde einbaue, Knie, Handgelenke, Rücken, gar nicht so abwegig. Weil für Handstände brauchen wir eine gesunde und flexible Hüfte. Wir brauchen einen gesunden und vor allem auch starken Rücken. Wir brauchen gesunde, flexible und starke Schultern. Und wir brauchen gesunde und flexible und starke Handgelenke. Das heißt, die Wünsche, die heute waren, Handgelenk, Rücken, das sind ja schon zwei von vier Dingen, die beim Handstand wichtig sind. Und wenn du mich fragst, und vielleicht erstmal hier bei der Übung, was wir machen, wir hocken einfach, ganz simpel hocken, wie der Neandertaler oder der Prokonsul auch gehockt ist. Und wenn du nicht hocken kannst, das ist auch nicht schlimm, dann setz einfach den Po auf den Boden ab, dann sitzt du. Und dann aus diesem Hocken oder Sitzen spielen wir so ein bisschen herum, wie unser Vorfahre, der Australopithecus oder Prokonsul oder Neandertaler oder welchen Vorfahren auch immer du dir da aussuchst, in der Evolution des Menschen. Die hockten alle. An irgendeinem Punkt, wenn du in der Natur lebst, hockst du. Beim Angeln von Ameisen, beim Bauen eines Faustkeils, beim Warten auf ein Mammut oder Pflücken von Pilzen oder was immer du in deiner Vorstellung als Vorfahre oder Vorfahrin getan hast. Hocken ist eine Grundeigenschaft, Fertigkeit des Menschen. Und wenn wir viel hocken, dann öffnet sich die Hüfte und wirst du flexibler in der Hüfte. Dann kannst du einfach spielerisch probieren, kannst du dich nach rechts drehen, nach links drehen. Und für alle, die nicht hocken können, du hast denselben Effekt, wenn du dich auf den Po setzt und auf die Weise dich spielerisch nach rechts drehst und spielerisch nach links drehst. Und da entsteht eben auch Flexibilität mit der Zeit in der Hüfte. Und dann irgendwann kannst du vielleicht auch hocken. Und zurück zum Handstand. Ist der Handstand gesund? Naja, sehr schwierige Frage. Aber ist es gesund, die Hüfte flexibel zu halten und den Rücken stark und die Schultern flexibel und stark und die Handgelenke stark und flexibel? Auf jeden Fall. Und das ist der Hauptteil dieser Übung. Wir fangen wieder an mit Federn im Hocken. Wenn du auf dem Po am Boden sitzt, federst du natürlich nicht. Machen die Hände auf und zu. Und immer wenn ich die Übung mache, ich erinnere mich an meine Erfahrung. Ich habe einmal eine Kundalini-Yoga-Stunde besucht. Gut, da haben wir diese Übung gemacht. Genau, du hast es richtig gehört. Es war zweimal Singular hintereinander. Wir haben nur diese Übung gemacht. Es war eine 90-Minuten-Stunde. Und ja, das zweite war auch Singular. Es war nur eine Kundalini-Yoga-Stunde, in der ich war. Danach habe ich immer Reis ausgenommen, wenn ich das Wort Kundalini-Yoga gehört habe. Du kannst nach hinten rollen, auf den Rücken und wieder hoch bis zum Sitzen. Oder hoch bis zum Hocken. Und wenn du bis zum Hocken rollst, dann kannst du oben ein bisschen federn. Mach die Hände auf und zu. Wir gehen also zunehmend auch in unseren zweiten Fokus, nämlich die Handgelenke. Wenn ich Handstände üben will, ist es wichtig, Hüfte, Rücken, Schultern und Handgelenke gesund zu halten. Und das passt gut zum Yoga-Doc. Der Handstand, da machen wir ein paar Übungen. Da kann man sagen, muss das jetzt sein in einer therapeutischen Yoga-Stunde? Eine Handstand-Übung. Da können wir dann drüber diskutieren. Aber hier jetzt eine Übung. Ich hoffe, du spürst es, wie es brennt an den Unterarm. Mach die Finger richtig auf, richtig spreizen und wieder zu. Und für alle Kundalini-Yogis und Yoginis im Raum, ihr werdet jetzt enttäuscht sein, weil ich mache das jetzt nicht 90 Minuten weiter, sondern ich gehe zur nächsten Übung. Bleib am Rücken liegen, streck die Arme und Beine in die Luft. Kreise mit den Handgelenken und mit den Knöcheln. Und hoffentlich spürst du, dass nach dieser Übung von eben es noch anstrengender ist, hier zu kreisen, mit den Händen auf- und zuzumachen in der Luft. Und du so ein richtig schönes Brennen hast. Diese Kundalini-Yoga-Übung, die ich euch eben gezeigt habe, das ist so die Übung, die mache ich, wenn ich Handstände üben will und ich habe wenig Zeit zum Warm-up und ich brauche nur eine simple Übung, dann mache ich diese Hocke-Feder-Roll-Übung, weil die den Rumpf aktiviert, weil die die Hüfte öffnet und natürlich die Handgelenke vorbereitet auf dem Handstand. Und jetzt hier mit dem Kreisen, die wichtigste Übung für gesunde Handgelenke und für gesunde Knöchel überhaupt. Kreis im Handgelenk und Kreis im Knöchel, richtig große Kreise, wie ein Affe, der nach einem Ast greift, dann dir das Laub zufasst und dann windet es ums Handgelenk und so vielleicht rausreißt, weil das Essen will. Und natürlich auch die Richtung wechseln oder weil du dich festhalten willst in einer Liane. Richtig schöne Greifbewegungen, Finger spreizen, wieder zumachen und mit den Füßen auch. Unsere Vorfahren, da sahen die Hände wie die Füße ähnlich aus. Deswegen macht es so Sinn, das eben hier auch mal zu nutzen. Dann nächstes Gelenk, Kniegelenk und Ellenbogengelenk. Ellenbogengelenk, wir rotieren im Kniegelenk und im Ellenbogengelenk, innen und außen. Beim Kniegelenk, das haben wir jetzt schon die dritte Runde, wo wir es heute, vierte Runde, vierte Runde, wo wir es heute machen. Die Knie bleiben fix stehen. Du rotierst also wirklich im Kniegelenk, das heißt in der Achse des Schienbeins, indem du die Fersen auseinander gibst, während die Zehen sich berühren. Und dann die Zehen auseinander gibst, während die Fersen sich berühren. Du legst den Oberarm ab und rotierst im Ellenbogengelenk. Das ist deutlich leichter motorisch, da stellst du dir einfach vor, du hast eine Glühbirne in der Hand, die schraubst du rein und raus. Dann nächstes Gelenk, Hüftgelenk, Schultergelenk. Du rotierst im Hüftgelenk und im Schultergelenk, innen und außen. Wenn es zu wenig anstrengend ist für dich, gib einfach die Arme und die Beine ein bisschen weiter auseinander, wie ein V. Und stell dir vor, du rotierst in einer Achse, die durchs Bein geht, durchs Hüftgelenk. Also der Oberschenkelvorderseite ist ein Punkt, der auseinander zeigt und wieder zueinander zeigt. Und genau das gleiche auch im Schultergelenk. Dann gehen wir zum nächsten Gelenk, nämlich dem Becken- und dem Schultergürtelanbindung. Achte darauf, dass dein Rücken neutral bleibt. Die Lendenwirbelsäule hat also ein kleines Hohlkreuz. Deswegen lege ich die Hand darunter, um zu zeigen, dass es hat. Und dann verschiebst du eine Beckenhälfte in den Boden, während du die andere Beckenhälfte abhebst. Halte ich für die vielleicht die wichtigste Übung für einen gesunden Beckenboden, für ein gesundes Iliosakralgelenk. Aber auch, und da kommen wir auch wieder zu so einem Handstandthema, für die Schulteranbindung. Wenn du also Handstandakrobatin werden willst, lohnt es sich, diese Übung zu machen. Weil du brauchst, wenn du Handstände machen möchtest, eine gesunde Schulteranbindung. Und wenn du dir sagst, Handstände ist so ein Schmarrn, das kann ich komplett verstehen. Für Gesundheit ist nämlich ein Handstand völlig unnötig und für die Erleuchtung auch. Aber manche mögen es trotzdem. Dann nutzt dir die Übung trotzdem was, weil hier diese Schulterblattanbindung an den Rumpf und auch die Beckenanbindung, die hält deinen Rücken gesund, die hält das Becken gesund, die hält die Schultern gesund. Ist also in meinen Augen eine wirklich der wichtigsten therapeutischen Übungen für ganz, ganz viele Bereiche. Versuch, dass die Wirbelsäule selbst sich dabei nicht dreht, sondern das Becken verformt und das Schultergürtel verformt. Jetzt nächste Station. Hände zusammen, Füße zusammen, heb den Po, heb den Kopf hoch. Und dann kippt das Becken in die eine Richtung, während du den Schultergürtel in die andere Richtung kippst. Versuch, dass das Becken und der Schultergürtel sich gleich weit bewegen. Versuch, dass der Po wirklich nicht den Boden berührt und die Schultern und der Kopf auch nicht. Das wird manchmal richtig anstrengend im Hals und zieht manchmal bis hinter zum Nacken. Das ist nicht gefährlich, ganz im Gegenteil. Das ist eine äußerst sinnvolle Übung, um unseren Nacken gesund zu erhalten. Hin und her bewegen. Dann breite die Arme aus wie ein Tee. Hebe jetzt die Beine hoch, senkrecht. Also nicht die Füße über die Nase rollen, wie beim Schulterstand, sondern senkrecht hoch rollen. Dann wieder Po absenken. Kipp die Beine zur einen Seite, nur so weit du es kontrollieren kannst. Wieder in die Mitte, Beine heben, absenken und zur anderen Seite. Ganz wichtige Übungen für einen gesunden Rumpf, einen gesunden Rücken. Das war ja unser dritter Wunsch. Also Knie, würde ich sagen, haben wir schon eine ganze Menge gemacht. Handgelenke haben wir auch eine ganze Menge gemacht. Rücken, gesunder Rücken haben wir auch eine ganze Menge gemacht. Und für alle, die neu hier sind, braucht die Übung vielleicht oder auch die ganze Stunde ein bisschen Erklärung. Ich kriege immer wieder, ich finde es so süß, wenn ich dann auf meinem YouTube-Kanal so Kommentare bekomme, wie, das war jetzt die ungewöhnlichste Yoga-Stunde, die ich je besucht habe. Und ich finde, für Gesundheit ist die maximale Flexibilität nicht entscheidend. Oder nicht so entscheidend. Ich habe so ein altes Yoga-Buch mal gelesen, vor vielen, vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, in welchem Buch das stand. Da stand drin, man ist so gesund, wie die Wirbelsäule flexibel ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das Iyengar ist. Wenn jemand das Buch auch kennt, sagt mir es gerne. Und aus heutiger Sicht würde ich hinter den Satz ein großes Fragezeichen sagen. Ich würde sagen, ich sehe oft Menschen mit ausgeleierten Wirbelsäulen, die dadurch Beschwerden kriegen, weil die Wirbelsäule ausgeleiert ist. Und eine helikale Umhüllung der Wirbelsäule ist für die Gesundheit wichtiger, als dass du in einer Rückwärtsbeuge deine Knie fassen kannst. Was ja durchaus viele machen. Wenn du dir mal die Yoga-Welt anschaust, gibt es viele Menschen, die super tief in die Rückbeugen gehen. Ja, finde ich auch schön, aber für die Gesundheit helikale Kraft viel wichtiger. Dann das nächste Mal, wenn du auf der rechten Seite bist mit den Beinen, gibt das untere, das rechte Bein nach hinten, leg den linken Arm nach vorne. Und dann machen wir Laufbewegungen. Jetzt habe ich mich verlaufen mit den Beinen und bewegen den oberen Arm synchron mit dem unteren Bein. Achte darauf, die Taille ist die ganze Zeit in der Luft, die Beine auch, die Schultern bleiben senkrecht übereinander, das Becken auch senkrecht übereinander. Es ist also kein, hier rolle mich auf den Rücken, sondern du bleibst mit den Schultern und Becken übereinander. Und das ist eine super wichtige, auch der Kopf bleibt in der Luft, helikale Übung wieder. Wir machen es ein bisschen schwerer, lass jetzt die Hände vorne zusammen. Finde ich hammerschwer die Übung, probiere es mal aus. Beug die Knie, sodass die Oberschenkel parallel zu den Armen sind und heb dann die Knie nach oben und senk sie wieder ab. Die Füße sind in der Luft. Du drückst die Hände gegen den Boden, die Taille ist in der Luft und hebst die Knie hoch. Und wenn das noch nicht anstrengend ist für dich, streckst du die Beine nach vorne und dann bevor du sie hebst, die Beine beugst du sie wahrscheinlich immer wieder. Oder wenn du super tolle helikale Muskulatur bereits hast, kannst du sie auch gestreckt heben. Ich finde es super anstrengend. Und dann roll dich auf die andere Seite. Kleines Mikrofon. Umgeschichte. Auch hier wieder. Taille heben. Hände zusammen. Beine heben. Erstmal Laufbewegung mit den Beinen. Spür. Wieder die helikale Spannung. in den Beinen. Seitlich Po. Oberschenkel innen und außen Seite. Seitlich Flanken. Oben und unten. Seitlich im Hals. Der obere Arm bewegt sich synchron mit dem unteren Bein. Das heißt, wenn das untere Bein vorgeht, geht der obere Arm vor. Wenn das untere Bein hinter geht, geht der obere Arm hinter. Nächstes Mal, wenn der obere Arm vorne ist, presst die Hände zusammen. Gib dann beide Beine vor. Beug die Knie. Und dann heb. Die Knie seitlich an. Über eine Rotation, indem du die Hände in den Boden drückst. Und wenn das noch zu leicht ist, streckst du immer, wenn du unten bist, die Beine aus. Beugst und hebst. Für wen das immer noch zu leicht ist, hebt die Beine komplett gestreckt. Und dann leg dich auf den Bauch. Das sind Übungen für einen gesunden Rücken, aber wieder auch, haben wir dieses zweite Thema, was nutzt uns für einen Handstand was. Auch für einen Handstand super wichtig. Ich breite die Arme aus. Stirn auf den Boden. Schultern bleiben stehen. Der flottende Skorpion hebt die Beine und kippt die Füße Richtung einer Hand. Versuch, dass die Schultern am Boden bleiben. Also sich nicht heben. Also sich nicht heben. Am Boden bleiben. Mehr oder minder. Versuch, dass die Oberschenkel nie den Boden berühren. Also weder wenn du in der Mitte bist, noch wenn du auf der Seite bist. Die Füße berühren auch nie den Boden. Weder in der Mitte noch in der Seite. So, dass du die ganze Zeit eine helikale Spannung über den Rücken aufbaust. Das ist also eine wichtige Übung für einen gesunden Rücken. Und jetzt gehen wir noch eins weiter, nämlich zur flirtenden Kaulquappe. Pass die Hände zum Hinterkopf. und mach die gleiche Übung mit deiner Schwanzflosse, also mit den Füßen. So, als ob du die Füße Richtung Ellenbogen geben würdest. Nur, dass die Hände jetzt am Hinterkopf sind. Kopf gehoben, Schultern gehoben. Und ich finde, das ist nochmal ein bisschen interessanter. Dann komm in den Vierfüßlerstand. Wir hatten ja noch den Wunsch, Handgelenke und Handstände. Sink ein zwischen den Schulterblättern. Drück dich raus aus den Schulterblättern. Und dann heb deine Handwurzeln hoch. So, dass du nur auf den Fingerwurzeln stehst. Stütz die Hände auf. Sink ein zwischen den Schulterblättern. Drück dich raus. Und heb die Handwurzeln hoch. Eigenes Tempo. Einsinken, Schulterblätter rausdrücken, hochheben. Und wenn das gut geht, dann mach das Ganze in der schiefen Ebene. Wenn du Handstandakrobatin werden willst, brauchst du diese Kraft sowohl in der Schultergürtelanbindung, als auch in den Handgelenken, Unterarmen. Wenn du sagst, Handstände ist nicht interessant, aber ist eben auch eine therapeutische Übung. Dann vielleicht eher mit den Knien auf dem Boden. Und wenn du Handstände wirklich ernsthaft lernen willst, die Übung ist essentiell. Wenn du jetzt merkst, du kriegst die Hände nicht weg vom Boden, dann ist mein Rat, dann ist es wahrscheinlich zu früh, hauptberuflich Handstandakrobatin zu werden. Sondern dann würde ich empfehlen, stabilisier erst mal deinen Schultergürtel, deine Handgelenke, bevor du dich hauptberuflich in die Handstandakrobatik hineinbegibst. Dann schieb dich als nächstes in den Hund hinein und atme. Und ich hoffe, du spürst, deinen ganzen Körper umhüllt, umringt mit helikalen Fasern. Tief ein- und tief ausatmen in den Hund. Schieb die Schultern lang. Drei Vier Und fünf Sapte einatmen. Komm mit kleinen Schritten in die Mitte der Yogamatte. Gewicht auf die Hände. Ashtar Ausatmung. Verneig dich. Hände zum Ellenbogen. Einatmung. Arme heben. Berühr den Himmel über dir. Ausatmung. Senk die Arme. Entspann den Nacken. E-Kam-Einatmung. Heb die Arme. Berühr den Himmel. Dreh Ausatmung. Verneig dich. Hände zum Ellenbogen. Kleine Mini-Pause. Schau her zu mir. Wenn wir jetzt anfangen, ein paar Handstandübungen zu machen. Eine ganz einfache ist im Sonnengruß schon. Und die verpassen viele. Ich habe da immer wieder Gespräche. Menschen fragen mich, wie lerne ich den Handstand. Und die gleichen Menschen, wenn ich den Sonnengruß ansage, verpassen dann die Übung, die in jedem Sonnengruß, in jedem Vinyasa drin wäre, wenn wir sie wahrnehmen. Und zwar, wenn du genügend Abstand zur Matte hast, dann kannst du zum vorderen Mattenkante, dann kannst du die Finger leicht nach außen stellen und wirklich Gewicht auf die Hände geben. Mit langem, runden Rücken. Gewicht auf die Hände. Und dann gehst du nach hinten. In den Vierfüßlerstand oder in den Chaturanga, je nachdem, was du willst. Jetzt einatmen. Und auch da bin ich noch der Meinung, wir sind hier noch im therapeutischen Bereich. Wenn das jetzt nicht schmerzt, sondern sich gut anfühlt, was Yoga immer soll, dann ist Gewicht auf die Hände zu bringen, die Schultern in den Boden zu stemmen, absolut gesund und therapeutisch. Vier. Wenn Schmerz klappt, dann ist es zu viel. Und fünft. Next, einatmen, komm in die Mitte der Yogamatte. Gewicht auf die Hände. Wieder das Gleiche. Ich sehe immer viel zu viele, die laufen zu weit vor und verlieren das Gewicht auf die Hände. Das weiß selbst mein Sohn schon. Mit dem mache ich nämlich auch schon Handstandübungen. Da frage ich ihn immer, was ist das Wichtigste beim Handstand? Ich sage, dass die Hände am Boden sind. Also drück die Hände in den Boden. Ausatmung. Gewicht auf die Füße. Verneige dich. Einatmung. Richte dich auf. Berühr den Himmel über dir. Ausatmung. Ekam Einatmung. Heb die Arme. Dwe. Ausatmung. Verneige dich. Hände zum Ellenbogen. Trini. Einatmung. Gewicht. Auf die Hände. Jadwadi. Ausatmung. Geh in den Vierfüßlerstand. Oder wenn du willst. Chaturanga. Pancha. Einatmung. Geh in die Rückbeuge. Shut. Ausatmung. Schieb dich in den Hund. Tief atmen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Schieb die Schultern bewusst lang. Und fünf. Subter. Einatmung. Komm in die Mitte der Yogamatte. Du kannst sogar schon ein bisschen springen. Aber wichtig ist, das Gewicht auf den Händen soll mehr werden. Und dann ausatmung. Gewicht auf die Füße. Verneige dich. Und bevor wir weitergehen. Hock dich kurz ab. Kleine Mikropause. Und machen jetzt unser erstes echtes Handstandspielchen. Das heißt, da wenn du sagst, okay. Ich bin jetzt. Mir geht es nun wirklich nur um Gesundheit. Und der akrobatische Aspekt interessiert mich nicht. Kannst du mal rumprobieren. Ausprobieren. Das schadet nicht. Aber das ist jetzt für die Gesundheit, denke ich. Bringt das jetzt nichts. Das hilft uns aber beim Handstand sehr viel. Die Übung heißt der Schlammspringer. Und zwar mit gestreckten Beinen setzt du die Hände auf und machst dann einen kleinen Sprung nach vorne. Das Ganze geht auch rückwärts. Ich sage es gleich nochmal an. Und das Ganze geht auch seitlich. Musst du mal es ausprobieren. Seitlich ist besonders cool. Okay, probier es aus. Streck die Beine. Gib die Hände also angemessen vor den Füßen auf den Boden. Und dann mach Hände vorne aufstützen. Der Trick ist und der Kunst ist, dass du die Arme fest in den Boden drückst. Wie ein Schlammspringer eben. Das ist so ein Wurm. Oder ein Insekt oder sowas. Hände wieder aufstützen. Und dann rückwärts. Finde ich noch cooler. Und dann seitlich. Kannst du die Hände zum Beispiel auf der Yogamatte aufstützen. Die Hände in den Boden drücken. Und das von Seite zu Seite springen. Dann hock dich wieder hin. Nächste Übung. Der flirtende Schlammspringer. Der flirtende Schlammspringer, der macht es genauso, will es aber besonders elegant machen. Und deswegen schaut es so aus. Also wenn das jetzt eben anstrengend war für dich, machst du gleich eine Pause mit Hocken. Dann kannst du einfach das Gleiche nochmal machen. Und du sagst, naja, das war jetzt eher leicht. Kann die nächste Übung so ausschauen. Du gibst Gewicht auf die Hände. Und du willst mit den Füßen die Unterarme antippen, bevor du sie wieder absetzt. In alle Richtungen. Das geht vorwärts. Ja, vorwärts. Das geht aber auch rückwärts. Und das geht natürlich auch seitlich. Okay, wir probieren es aus. Der flirtende Schlammspringer. Und immer wenn du K.O. bist, einfach hinhocken, hocken, öffne die Hüfte. Ist super wichtig für den Handstand und auch generell für Hüftflexibilität. Ich sag nochmal an, den Flirten zum Schlammspringer. Hände aufstützen. Vorwärts als erstes. Du gibst, wichtig dabei ist, dass du die Schultern richtig lang in den Boden schiebst. Du schiebst die Schultern in den Boden und springst nach vorne. Versuchst erst die Füße an die Unterarme zu geben. Bevor du die Füße aufstützt. Und das Ganze geht auch rückwärts, wenn du gerade noch vorwärts unterwegs bist. Und wenn du K.O. bist, einfach hinhocken. Rückwärts finde ich es besonders effektiv, weil du da lernst, richtig reinzudrücken mit den Händen und Schultern in den Boden. Und was halt wichtig ist hier, das darf nicht wehtun in den Handgelenken oder irgendwo sonst. Wenn es wehtut, ist es nicht die richtige Übung. Dann haben wir ganz viele Übungen gemacht, therapeutisch die Handgelenke, Schultern, Rumpf, Hüften, Knie vorzubereiten. Jetzt seitlich. Andersrum seitlich. Und dann kommen wir wieder in die Hocke. Nächste Übung. Und das ist auch schon die letzte Handstandübung für heute. Auch so eine relativ simple Übung. Und zwar der Affe, der Schimpanse. Der Unterschied zum Schlammspringen ist, wir starten aus der tiefen Hocke. Ich mache es erst vor, du kannst zugucken, dann sage ich es nochmal an und wir machen es gemeinsam. Oder wer die Übung kennt, klar kann mitmachen in der tiefen Hocke. Ich stütze die Hände vor mir auf, mache dann einen kleinen Sprung und ich gehe wieder in die tiefe Hocke. Vorwärts, rückwärts geht es auch. Und seitlich geht es auch. Beim Affen immer wieder wichtig, in die tiefe Hocke zu gehen. Mein Sohn würde jetzt sagen, Papa, das Wichtigste fehlt. Okay. Am Kopf kratzen und dabei Affengeräusche machen. Okay, jetzt gemeinsam, für alle, die noch zugeguckt haben, für alle, die schon mitgemacht haben, kleine Pause, jetzt mitmachen. Vorwärts, aus der Hocke. Immer wieder tief in die Hocke. Stütze die Hände auf. Tief in die Hocke. Rückwärts. Seitlich. Und ich finde es anstrengend. Ja, also wenn du es auch anstrengend findest, völlig normal. Denken wir immer nicht. Man sagt, ah, man hockt und macht so ein bisschen Hüpfe. Andersrum seitlich. Und wenn du das nächste Mal im Hund bist, in der Mitte der Matte bist, geh in den Hund. Für den Ausklang dieser Praxis, wo wir Flexibilität nochmal entwickeln wollen. Vier. Und fünf. Mit der Ingeniarsen-Sequenz rechten Fuß nach vorne, linkes Knie aufstützen. Rechte Hand aufs rechte Knie. Richte dich auf in eine schöne Dehnung. Linken Arm nach oben, rechten Arm nach unten. Und wenn du kannst und willst, gib die Hände hinter den Rücken zusammen. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Handstandübungen. Aber für heute ist ja eine Yoga-Doc-Stunde, eine therapeutische Stunde. Soll das reichen. Vier. Und firm. Flöß den Griff. Hände aufstützen. Einatmen. Für Gesundheit ist nämlich vor allem die Balance wichtig. Ausatmung. Vierfüßlerstand runter. Rücken. Einatmung in die Rückbeuge. Ausatmung in den Hund. Die Balance zwischen verschiedenen Komponenten. Einatmung links vor, rechtes Knie aufstützen. Rechten Arm nach oben, linken Arm nach unten. Und dann, wenn du kannst, gib die Hände hinter dem Rücken zusammen. Neig den Kopf nach links. Tief atmen. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Löst den Griff. Hände aufstützen. Einatmung. Po heben. Ausatmung. Geh in den Vierfüßlerstand. Runder rücken. Einatmung. Geh in die Rückbeuge. Weit im Herzen. Ausatmung. Schieb dich in die Position des Hundes. Noch einmal. Die gleiche Übung. Noch einmal. Rechten Fuß vor. Linkes Knie aufstützen. Du kannst dir bleiben. Die selbe Variante noch einmal machen. Wenn du aber möchtest, leg dein rechtes Schienbein parallel zum kurzen Mattenende. Achte darauf, dass der rechte Po am Boden ist. Ja, also wenn du die Variante machst, empfehle ich dringend, der rechte Po soll am Boden sein. Auch dann, wenn du schief sitzt. Also selbst wenn die rechte Schulter am Boden ist. Das ist okay. Und dann richtest du dich so weit auf, bis du im rechten Po eine Dehnung spürst. Und vielleicht kannst du das linke Bein beugen und den linken Fuß heranziehen. Zum linken Po. Das ist eine Option. Das macht dann Sinn, wenn du eben halbwegs aufrecht sitzt. Wobei es auch sehr schräg funktioniert. Also wichtig ist aber dabei, dass dein rechter Po am Boden ist. Vier. Und fünf. Löse den Griff. Stütze die Hände auf. Einatmung. Po heben. Ausatmung. Vierfüßlerstand. Oder wenn du möchtest, gerne Chaturanga. Einatmung in die Rückbeuge. Ausatmung in den Hund. Linken Fuß nach vorne. Rechtes Knie aufstützen. Gerne hier bleiben. Als Option gibst du das linke Schienbein parallel zum kurzen Ende der Yogamatte. Wichtig ist, der linke Po ist aufgestützt. Du richtest dich dann seitlich wieder auf, so weit wie du das kannst. Bis du eine Dehnung im linken Po spürst. Wenn du kannst und willst, nimmst du den rechten Fuß und ziehst den ran Richtung Po. Die Finger sollen in die Richtung der Zehe zeigen. Wie bei Behigasen in der zweiten Serie vom Ashtanga Yoga. Dann hast du auch eine schöne Dehnung im rechten Oberschenkel. Tief Ein- und Ausatmung. Drei. Vier. Löst den Griff. Stützt die Hände auf. Einatmen. Po heben. Ausatmung. Geh in den Vierfüßlerstand. Runder Rücken oder Chaturanga. Einatmung. Geh in die Rückbeuge. Weit im Herzen. Ausatmung. Schieb dich in den Hund. Baddaku Nasen. Ersappt. Einatmung. Komm nach vorne. Setz dich ab. Gib die Füße nahe an die Hüfte. Drück die Fersen gegeneinander. Sodass du möglichst aufrecht sitzt. Drück die Fersen so fest gegeneinander, dass deine Hüftgelenke weit werden. Du kannst mit einer kleinen Watschelbewegung die Sitzbeinhöcker freikriegen und nach hinten strecken. Nochmal Einatmung. Und dann versuch, mit Ashtarausatmung dein Bauchnabel zu den Fersen reinzubekommen und nach vorne zu lenken. Wichtig ist, keine Übung soll jemals unangenehm sein, insbesondere bei der nicht im Kniegelenk, sondern gib im Zweifelsfall die Füße weiter nach vorne. Es ist keine schädliche Übung generell, aber wenn dein Meniskus ein Problem hat, dann kann es sein, dass du das hier spürst. dann wäre es wichtig, dass du die Füße weiter weg von der Hüfte gibst. Tief atmen. Drei. Vier. und fünf. Einatmung. Richte dich auf. Ausatmung. Runde Rücken. Eins. Und zwei. Drei. Und vier. Und fünf. Einatmung. Richte dich wieder auf. Ausatmung. Bleib hier. Entfalte die Beine. Vinyasa. Einatmung. Po heben. Ausatmung. Geh in den Vierfüßlerstand. Runde Rücken. Oder Chaturanga gerne. Einatmung. In die Rückbeuge. Ausatmung. Schieb dich in den Hund. Urdhva Dhanurasana. Sapta. Einatmung. Komm in die Mitte der Yogamatte. Setz dich ab. Wir machen hier ein kleines Spielchen. Du stürzt die Füße vor dir auf. Fass mit der rechten Hand zum linken Knie. Machst dann einen halbkreisförmigen Bogen mit der rechten Hand. Bis der rechte Fuß, der rechte Po, die rechte Hand auf einer Linie sind. Rotierst die rechte Hand, die Finger weiter. Dass die nach innen zeigen zum Po. Und dann folgst du mit dem linken Arm der Bewegung. Und hebst dabei die Hüfte hoch. So weit wie du kannst. Und schiebst die rechte Schulter in den Boden. Um eine schöne Rückbeuge zu erzeugen. Tief atmen. Muss jetzt nicht wahnsinnig tief sein. Einfach nur so, wie es sich jetzt für dich gut anfühlt. Ausatmung wieder nach vorne. Absetzen. Dann ist die linke Hand gleich am rechten Knie. Machst den Bogen halbkreisförmig nach links. Finger zeigen. Über den Halbkreis zum linken Po. Du folgst mit dem rechten Arm und hebst die Hüfte hoch. Und so weit wie das eben für dich angenehm ist. Und dann wieder nach unten. Mit der Zeit kann man sogar ganz außen rum gehen. Und dann setz dich ab. Streck die Beine nach vorne. Zieh die Sitzbeinhöcker nach hinten. Fast um die Füße rum. Langer Rücken. Und geh dann in die Vorbeuge hinein. Und spür die Dehnung in der Beinrückseite. Tief und vollständig atmen. Wir haben jetzt ziemlich jeden Muskel gedehnt in unserem Körper. Aber natürlich auch helikal alles gekräftigt. Zwischendrin ein Handsteinspielchen gemacht. Und jetzt nach der letzten Dehnung sind wir bereit für die wichtigste aller Übungen Schawasen. Einatmung aufrichten. Ausatmung. Leg dich auf den Rücken. Schließ die Augen. Und tue nichts. Und wenn die Rückenlage nicht das Richtige ist für dich kannst du auch in einer anderen Körperlage entspannen. in der du so ein bisschen einschlafen kannst. Und ich hoffe, dir geht es so, wie es mir geht nach dieser Stunde. Ich fühle mich wie nach einem Tag am Spielplatz. Als mein siebenjähriges Selbst. Auf einem großen Abenteuerspielplatz, wo ich jede Rutsche gerutscht bin. Und jedes Kletterseil geklettert bin. Und über jeden Balken drüber balanciert bin. Und mich in jeder, selbst in jeder Schlampfütze gesuhlt habe. Und jetzt liege ich da auf der Wiese, auf diesem Spielplatz. Und bin so zufrieden, weil ich alles gemacht habe, was zu tun ist. Genau diese Zufriedenheit spüre ich jetzt nach der Stunde. Ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe, es war anstrengend in vielen Stellen. Helikal anstrengend, aber auch in die Sagittalrichtung anstrengend. Ich habe gedehnt. Ich habe gespielt. Und jetzt wird es von mir eine Minute der Stille geben, in der du einfach loslassen kannst. Dich vom Boden tragen lassen kannst. In dieser Vorstellung. Du bist dein siebenjähriges Selbst. Liegst am Rücken auf der Wiese im Spielplatz. Du bist so zufrieden, weil du alles getan hast. Es gibt nichts mehr zu tun. Und diese Ruhe am Ende der Yoga Praxis ist genauso wichtig, wie alle anderen Übungen zuvor auch. Und diese Ruhe am Ende. Ausatmen. Ausatmen. Vielen Dank. Komme dann wieder langsam in Bewegung. Räkel und streck dich und dreh dich im Sitzen zu mir. Schließ die Augen. Und ich hoffe, dass du jetzt im Sitzen sagst, das war anstrengend, es war ruhig, es war spielerisch. Und ich habe meine Mitte gefunden. Gib so die Hände vom Herzen zusammen und rezitiere mit mir zum Abschluss, wenn du das Mantra kennst, gleich gemeinsam. Am. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß bei der Stunde wie ich. Würde mich freuen, wenn du, bevor du gehst, mir eine Nachricht schreibst, was du erlebt hast. Das ist der einzige Weg, wie ich bei einer On-Demand-Stunde von dir erfahren kann, wie dein Yoga-Weg ist, was dich interessiert. War das die richtige Mischung? Und klar, Yoga-Doc soll therapeutisch sein. Aber therapeutisches Yoga ist kein Schon-Yoga. Deswegen auch diese spielerische Komponente, die da in meinen Augen total Platz hat, die ein bisschen akrobatisch werden darf. Und genau das sind wir heute gegangen. Bin ich einfach gespannt, was dich interessiert und natürlich auch, was du dir weiter von mir wünschst. Mehr Akrobatik, mehr therapeutisch, sanfter, anstrengender, was passt für dich. Und wenn du es am Anfang nicht gemacht hast, gib dem Video einen Thumbs up, klick auf Subscribe und wir sehen uns in der i-Community. Der Link in die Einladung ist in der Beschreibung. Und ich freue mich auf dich in der enthusiastischsten Yoga-Community im gesamten bekannten Universum. Und damit Namaste, einen wunderschönen Tag.